Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Mitfahrgelegenheit. Ich bin auf dem Weg nach Frankreich und ich habe heute oder gestern meine Fahrt ins Internet reingesetzt, auf dem Portal von BlaBlaCar. Ich habe einen Studenten gefunden, der diese Fahrt angenommen hat und ich habe ihn bis in der Nähe von Aachen gefahren. Und jetzt mache ich eine kleine Pause, bevor ich weiterfahre. Und ich bin gerade in einem Minidorf Stolberg und es ist ein sehr, sehr schönes Dorf, wie ihr sehen könnt, im Untergrund. Es ist gut für das Portemonnaie und auch gut für die Umwelt. Das war es schon für heute, danke, tschüss. Das will ich sehen.